Ich habe die Holzwerkstätte König 1996 gegründet, habe die hier im Standort aufgebaut, neu aufgebaut und wir fertigen hochwertige Möbel, Innenausbau, zugekaufte Fenster und Türen werden bei uns montiert. Zurzeit haben wir acht Mitarbeiter in der Werkstatt und vier oben in der Verwaltung, zwei Meister, drei Gesellen und drei Lehrlinge. Schon beim Neubau der Halle und des Bürogebäudes haben wir auf Energieeinsparungen geachtet. Wir haben Wärmedämmmaßnahmen durchgeführt, also die Hallenwände sind aus Porenbeton, die Fenster sind schon hochwärmedämmend, also mit dem heutigen Standard ausgerüstet. Das Dach ist stark gedämmt und dadurch haben wir halt einen sehr niedrigen Energieverbrauch. 2007 haben wir eine Photovoltaikanlage installiert mit knapp 25 Kilowatt Peak und das ist auf dem ganzen Hallendach und auch am Bürogebäude und wir produzieren fast doppelt so viel Strom, wie wir verbrauchen. Die Investitionssumme für die Photovoltaikanlage trug ca. 105.000 Euro. Der Ertrag ist zwischen 10.000 und 11.000 Euro im Jahr. Damals ging man von einer Amortationszeit von zwölf Jahren etwa aus und genau das ist auch eingetreten. Also im Schnitt produzieren wir etwa 21.000 Kilowatt Strom im Jahr. Bei uns sind die Energiekosten Gas, mit dem wir heizen und Strom sehr gering. Ich führe das darauf zurück, einmal auf den baulichen Zustand hier, aber auch auf das Verhalten der Mitarbeiter. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Wir sind seit 1998 EMAs zertifiziert. Wir haben damals schon eine Brennwertheizung eingebaut, mit Gas befeuert und wir haben hier eine Hallenfläche, eine Werkstatthalle von 400 Quadratmeter plus 100 Quadratmeter Euro und wir verbrauchen nicht mehr als ein normales Einfamilienhaus. In der Schreinerei entsteht viel Staub und Späne und die Späne werden abgesaugt durch eine Absauganlage. Wenn diese warme Luft nach außen geführt wird, würde die ja dann die Wärme aus dem Gebäude herausziehen und dadurch gibt es eine Wärmerückgewinnungsanlage. Die warme Luft wird wieder in das Gebäude reingeblasen und somit bleibt die warme Luft hier im Gebäude. Im Sommer, da kann man es umschalten, dann geht die Luft, dann wird nach draußen geblasen und hier ist dann noch relativ viel. In unserem Lackierraum wird eine Absaugung angebracht, die kontaminierte Luft wird dann abgesaugt und wird über Filter dann nach oben, nach außen geblasen, aber man braucht das bloß, wenn gespritzt wird und in der Trocknungsphase wird dann dieser Ventilator auf die halbe Leistung runtergedrosselt, dass dann halt nur weniger warme Luft entweicht. Wenn ich bedenke, dass wir nur 0,8 Prozent unseres Umsatzes an Energieverbrauch haben, dann sollte sich so mancher Betrieb das mal seine Zahlen angucken und überlegen, ob er da nicht noch Sachen sparen kann. Erstmal muss man die Einstellung dazu haben, ich will das. Das ist wichtig. Und dann auch die Mitarbeiter mitnehmen, das ist auch wichtig. Dann den Ist-Zustand erstmal festzulegen und dann eventuell einen Berater kommen zu lassen, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind. Weil oft ist man wirklich betriebsblind, ja, und man sieht die einfachen Sachen nicht und da gilt es halt auch Berater dann zu kontaktieren, die einem da helfen, weiterhelfen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017